Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Observer, hauptlos ab du Kackvogel ey ihr habt mir von Auerangst eingehakt. Zumindest nicht Schrecken. Die 107? 106? Keiner da. Keiner da. Da lang. Da sind wir. Ok, Tür geht nicht auf. Warum auch immer. Also geh mal hier raus. Schick dich. Ey. Nein. Ich will dieses Spiel nicht zu Ende kriegen. Waren wir hier schon? Die Augen sind bereit. Aber Sie müssen wiederholen. Was? Die Augen, Doktor. Wo finde ich ihn? Ich... Ich weiß nicht, was Sie sprechen. Schau, ich weiß nicht mehr über die illegalen Begriffe. Ich habe das Job Shop in der Tattoo Bar. Oh Gott. Wenn ich ihn nicht gefunden habe, er ist ein totes Mann. Wer wird deine neue Augen dann installieren? Du bist lieb. Du versuchst mich zu schützen, mich zu sprechen. Ich weiß, wie diese Leute arbeiten. Du bist lieb. Du glaubst, ich interessiere mich über etwas Quack-Hacken-Hacken-Hacken-Hacken-Hacken-Hacken-Hacken? Rippers sind eine kleine Kacken-Hacken-Hacken-Hacken-Hacken-Hacken-Hacken-Hacken-Hacken-Hacken. Okay, Blightman. Ich weiß, dass du mich hörst. Ich weiß, dass du das Schmerz gut für dich bist. Deine Augen sind bereit. Aber du siehst nicht. Zumindest werde ich nicht zu sehen, wie du siehst. Geh deine Gefahr überall. Sie werden... Scheiße. Ich hätte vielleicht doch das andere nehmen sollen. ... und dann... ... Hier waren wir ja schon. Hier liegt das Leiche. Hier gibt es also auch nichts mehr. Von da sind wir aber jetzt gekommen. Ach komm, wir gehen da raus. Hey! Hier gibt es auch noch ein paar Sachen. Und das hilft? Nicht heute Nacht. Wisst ihr, wer hat den Tattoo Parler? Ja, Tenant. Was? Sie leben hier? In diesem Gebäude? Woher? Jack... Die Garten. Zwohna Zähne Was? Aber hey, die ist hübsch. 210. Ich glaube, ich müsste mal wieder so eine Pille einwerfen hier. 210. Hä, wo ist die 210? Hä? Da. Löwen ist vorhin vorbeigelaufen. Ach ne, ich ahne Schlimmes. Es liegt bestimmt gleich wieder ein Tod, oder? Da ist schon Blut, das sieht man. Wo ist das Blut hin? Was? Ich hab nichts gemacht. Alles klar, Alter. Äh, hier funktioniert grad gar nichts mehr. Ja, okay. Äh... was? ... Hallo? Und jetzt? Hmm... ... 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 nicht. Ich komme auch nicht ins Menü, kann kein Q, E drücken oder sonst irgendwas. Dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich werde mal ganz kurz im Internet nachlesen, wie wir hier rauskommen. Bis dann, bleib entspannt, genießt den Tag und bye bye.